Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 9. März. Es gibt auch heute wieder hochspannende News aus der Welt der Elektromobilität. Hier sind sie. Daimler bestätigt schnelleren Elektro-Umschwung, Porsche stockt bei Riematz auf, Bio-Hybrid als Cargo-Version, E-Mobility-Dashboard für Februar und 100 neue HPC-Standorte. Bitte schön. Gestern Wolfsburg, heute Stuttgart. Die deutsche Automobilindustrie beschleunigt den Umschwung zur Elektromobilität. Das Gerücht, wonach Daimler schon deutlich früher aus dem Verbrennungsmotor aussteigen könnte, hat neue Nahrung bekommen. Alle müssten anerkennen, dass der Umbruch der Fahrzeugindustrie hin zu elektrischen Antrieben womöglich weit schneller vonstatten geht als bisher angenommen, sagte Daimler-Manager Markus Schäfer. Er ist im Vorstand von Mercedes-Benz für die Entwicklung zuständig und sagte dem Handelsblatt, Wir bereiten uns auf eine frühere Umstellung vor. Es gebe produktseitig in der nahen Zukunft keinen rationalen Grund mehr, sich für einen Verbrenner zu entscheiden. Hört, hört. Bisher hatte der Konzern, der sich bis Jahresende aufspalten will, das Jahr 2039 als Ziel für eine emissionsfreie Neuwagenflotte genannt. Dass es Schäfer bei Formulierungen wie In der nahen Zukunft belässt, hat einen einfachen Grund. Aus seiner Sicht kommt es bei dem Tempo der Transformation entscheidend darauf an, wie streng die kommende Euro-7-Abgasnorm ausfällt. Hier will die EU-Kommission bis Ende des Jahres einen konkreten Entwurf vorlegen. Je nachdem, welche Regularien am Ende angewendet werden, kann sich die Perspektive für Verbrenner noch einmal dramatisch verändern. Bis hin zu einem Szenario, das es fast unmöglich macht, ab 2020 noch Verbrenner zuzulassen, so Schäfer. Heißt übersetzt, die Abgas- und Emissionsvorschriften machen den Verbrenner zu teuer und damit unattraktiv. Der Entwicklungsvorstand kokettiert zwar nicht mit einem unmittelbaren Ende der konventionellen Antriebe, die Variantenvielfalt werde aber deutlich zurückgehen. Bis 2025 um 40 Prozent und 2030 um 70. Das ist die Minimummaßgabe, so Schäfer. Der Wandel kann auch weit schneller kommen. Ich habe nichts dagegen. Porsche erhöht seine Beteiligung an der auf Elektrosportwagen spezialisierten Firma Riematz. Der Anteil an der kroatischen Technologieschmiede steigt von 15,5 auf 24 Prozent. Dafür nimmt Porsche weitere 70 Millionen Euro in die Hand. Kurzer Rückblick. Mitte 2018 sind die Stuttgarter erstmals mit 10 Prozent bei Riematz eingestiegen ein. Gutes Jahr später erhöhten sie auf 15,5 Prozent. Gerüchte um eine neuerliche Anpassung nach oben gab es schon länger. Riematz entwickelt und produziert E-Komponenten, darunter Hochleistungsantriebe und Batteriesysteme. Zudem stellt das 2009 gegründete Unternehmen elektrische Supersportwagen her. Riematz ist bei prototypischen Lösungen und Kleinserien hervorragend aufgestellt, sagt dann auch Lutz Meschke, Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG. Riematz unterstütze Porsche vor allem bei der Entwicklung von Komponenten und sei auf dem besten Weg ein Tier-One-Lieferant für Porsche und andere Hersteller im Hochtechnologie-Segment zu werden. Erste Aufträge zur Entwicklung von Serienkomponenten hat Porsche bereits an Riematz vergeben, so Meschke. Von der künftig noch engeren Zusammenarbeit profitieren seinen Worten zufolge beide Seiten. Die Kroaten inspirieren Porsche mit ihren innovativen Ideen. Umgekehrt gewinnt Riematz Know-how in Sachen Produktion und Methodenkompetenz in der Entwicklung. Klingt nach Win-Win pro Elektromobilität. Das vom Automobilzulieferer Schäfler entwickelte Vierrad-Pedelec Bio-Hybrid bekommt Verstärkung. Das überdachte Gefährt kann nun auch als Cargo-Variante bestellt werden. Der Bio-Hybrid-Pick-Up ist ab sofort mit einem Preisvorteil von 500 Euro in der Pioneer Edition für den deutschen Markt online verfügbar. Der Preis liegt bei 11.390 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Auslieferungen sollen ab September 2021 in der Reihenfolge der Bestelleingänge erfolgen, wie das inzwischen eigenständige Unternehmen mitteilt. Der Name des Cargo-Modells lehnt sich erkennbar an die Autobranche an. Der Pick-Up verfügt über eine offene Ladefläche hinter der Kabine, die über eine Art Reling begrenzt wird. Weiteres Zubehör zur Individualisierung, etwa für Essenslieferdienste oder den sicheren Transport von Kindern oder Hunden, sollen folgen. Zudem ist der Lastenrad-Allrounder mit einer portablen Batterie, einem Ladegerät und jeder Menge Features vom LED-Lichtsystem bis zum vollgefederten Fahrwerk ausgestattet. Schäfler hat seit Ende 2017 an der Entwicklung des Pedelecs auf vier Rädern gearbeitet. Ein Vorläufer hatte der Zulieferer schon 2016 als Vision für den Individualverkehr im urbanen Raum präsentiert. Die Passagiervariante Duo ist seit Ende 2020 für rund 9.500 Euro zu haben. Geliefert wird ab August. Das Bio-Hybrid gehört übrigens zu den beliebtesten Suchanfragen auf unserer Website. Ganz offensichtlich ist das Interesse groß. Die neuen KBA-Zahlen sind da. Das ist jeden Monat aufs Neue der Moment für meine Redaktion, unser E-Mobility-Dashboard mit den aktuellen Neuzulassungen aufzubereiten. Und siehe da, im Februar wurden genau 18.278 reine Elektro-Pkw in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war das ein Plus von 124%. Der Marktanteil der Elektroautos lag somit im vergangenen Monat bei immerhin 9,4%. Zum Elektrosegment rechnen wir auch die Plug-in-Hybride hinzu. Die Fraktion war sogar noch stärker. 21.879 PHs kamen im Februar neu auf die Straßen. Ein Wachstum im Vergleich zum Februar 2020 von 162%. Übrigens, die Benziner mussten im vergangenen Monat einen Einbruch von 41,4% und die Diesel-Pkw ein Minus von 35% hinnehmen. Allerdings ist das Neuwagen-Geschäft aufgrund der Corona-Pandemie derzeit auch so schwach wie fast noch nie. Kommen wir noch kurz zur Elektroauto-Top 3. Ganz vorn lag, ein wenig überraschend, mit 2.215 Neuzulassungen der Volkswagen e-Up. Dahinter folgt das Tesla Model 3 mit 1.910 Fahrzeugen vor dem Volkswagen ID.3 mit 1.892 Exemplar. Nur knapp geschlagen. Tesla in der Zange von VW, das wird man in Wolfsburg sicher gerne sehen. Es gehört ja schon fast zur Nachrichtenwoche mit dazu, dass neue Ladeparks der baden-württembergischen EnBW zu vermelden sind. Heute geht es um über 100 HPC-Ladestationen, welche der Energieversorger an den Standorten der Immobilienfirma X&Bricks platzieren will. Das Unternehmen betreibt Gewerbeimmobilien wie etwa Supermärkte im gesamten Bundesgebiet. Laut der Homepage von X&Bricks gehörten zu den Top-10-Mietern Supermarkt- und Discounterketten wie Kaufland, Netto-Rewe, Edeka, Lidl, Penny und Aldi. Aber auch der Drogist Rossmann und Baumarktketten wie Thom und Obi. Also irgendwie alles dabei. Die jüngste Kooperation fügt sich in die Strategie der EnBW ein, Schnellladepunkte auf den Parkplätzen von Einkaufsmöglichkeiten zu errichten. Laden muss sich einfach in den Alltag integrieren lassen, sagt dann auch EnBW-Vertriebschef Timo Sillowa. Deshalb bauen wir Ladeinfrastruktur dort auf, wo sich Kundinnen ohnehin aufhalten. Und das ist vor allem im Handel der Fall. Macht Sinn. Das war unser E-Mobility-Update am Dienstag. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Machen Sie es gut.